Metallbau Friedrich ist Ihr Ansprechpartner auf dem Gebiet der Metall- und Stahlverarbeitung im Raum Mönchengladbach. Unser Unternehmen ist seit über 16 Jahren Ihr zuverlässiger Handwerksbetrieb, sowohl für Privatkunden wie auch für große renommierte Industriekunden. In den Bereichen Metallbau, Schlosserei und Schmiedearbeiten, Bauschlosserei, Metallverarbeitung und Schweißarbeiten sind wir ebenso Ihr kompetenter Ansprechpartner wie auch im Bereich der Blechverarbeitung. Wir verarbeiten jedes Material in Blech von einem bis sechs Millimeter Stärke. Unser Betrieb steht für Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Größte Präzision bei der Fertigung unserer Produkte sowie fristgerechte Lieferung und Montage sind uns ebenso wichtig wie eine kundengerechte und kompetente Beratung. Unzählige zufriedene Kunden geben uns Recht. Überzeugen Sie sich selbst. Ihr Spezialist für Metallverarbeitung im Raum Mönchengladbach und Umgebung. Metallbau Friedrich